Sobald die Würze kocht, geben Sie entsprechend dem Rezept den Hopfen hinzu. Verwenden Sie hierzu entweder ein Hopfensäckchen oder den Hopf-Spider, wie in diesem Fall gezeigt wird. Während dieser Brauphase können Sie weitere Zutaten wie Muscuvaro-Zucker oder andere Gewürze hinzugeben. Sie können sich einen Signalton als Erinnerung zur Hopfengabe während der Programmierung einrichten. Nach dem Würze kochen ist das Programm beendet und Sie müssen die Würze kühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017